Herzlich Willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Dann lenkt mal den Wachposten ab. Ähm, war das überhaupt hier? Ne, es war gar nicht hier. Moment, äh... Äh, Moment, dann müssen wir hier rum. Und hier hoch. Genau. Ja, ich hab ihn gesehen. Raas hat Spielschulden, die er begleichen will. Spielschulden. Ich weiß nichts von, äh... Ihr sagt, ich habe Gold gewonnen? Wisst ihr nicht mehr? Raas begleicht immer seine Schulden. Und gibt immer einen aus. Okay, okay. So, hier ist es wunderbar. Leider nicht für die Zuschauer. Aber, ihr seht schon, das erste, wo ich reingegriffen habe, da war direkt eine, ein Entwurf drin. Das heißt, ich zeige euch das mal eben, was ihr hier alles, ja, im Endeffekt abgreifen könntet, theoretisch. Da gab es auch schon wieder einen Entwurf und ein Rezept. Und je nachdem, wie viel man natürlich schon geholt hat, gibt es dann nicht mehr so viel Neues. Aber, da könnt ihr immer mal gucken, wegen den Schmuckkästchen, die überall rumstehen, wegen den, äh... Hier kann man jetzt leider nichts machen. Manche sind so ein bisschen, das ist alles offen. So, wir lesen uns kurz den Brief durch. Mein geschätzter Aldach-Tilsala, ich freue mich über euren Vorschlag, was? Ich freue mich über euren Vorschlag, oh Gott, es ist zu früh, euch in unsere geliebten Abtei versetzen zu lassen. Nur zu gerne lasse ich meinen Einfluss spielen, um dies zu ermöglichen. Besonders nach dieser aufschlussreichen Unterhaltung, die wir bezüglich des radikalen und ehrlich gesagt gefährlichen Erlasses von Königin Ayrin hatten. Ich freue mich darauf, mit euch zusammen dafür zu sorgen, dass nicht nur Schimmerheim, sondern ganz Sommersend ein sicherer und behüteter Ort bleibt. Euer Plan, Neuankömmlinge unter Arrest zu stellen und zu überprüfen, ob sie für ein Leben in Schimmerheim geeignet sind, ist ein Geniestreich. Wenn wir feststellen können, wer die Eignung und das Naturell hat, ein produktives Mitglied unserer Gesellschaft zu werden und wer nicht, können wir Unruhestifter und desinteressierte Vagabunden aussortieren, bevor ein Schaden entsteht. Die Lösung ist nicht perfekt, aber sie wird ausreichen, bis wir die unerwartete Königin dazu bringen können, diesen Befehl zurückzunehmen und all die Nebarer, die Unwillkommenen, dorthin zurückzuschicken, wo sie herkommen. Schickt mir eine Liste der Kandidaten, die er als geeignet für ein Leben auf Sommersend erachtet. Ich bin mir sicher, die stellvertretende Königin Alvinarve weiß es zu schätzen, wenn wir für sie dokumentieren, wen wir in unser Land einwandern ließen und wen wir wegschickten. Ich bleibe dabei, Sommersend ist unantastbar. Soll Auridon sich doch um die anderen Völker kümmern. Schließlich verbringt unsere geliebte Königin ohnehin den Großteil ihrer Zeit dort mit ihren Katzen und Waldelfen. Sie freut sich, oh man, sie freut sich sicher über ein bisschen mehr Gesellschaft. Sippenfürstin Avinisse. So, da müssen wir jetzt gleich nach hinten. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal eben ganz schnell alles durch. Hier ist nämlich auch noch was. So, das ist die Liste von denen, die festgehalten wurden. Ein Wald, nee, vier Waldelfen. Achso, nee, Waldelfen, vier männlich, drei weiblich. Okay. Katschit, sieben männlich, neun weiblich. Agonia, vier geschlechtunschlüssig. Echt jetzt? Bretonen, einer männlich, zwei weiblich. Rotwardonen, zwei männlich und vier weiblich. Ein männlicher Nord. Spricht ständig von irgendwas, das er Kulturaustausch nennt. Okay. Könnt ihr euch gerne auch einen Rest durchlesen, aber das hat jetzt mit der Story nicht wirklich was zu tun. Deswegen habe ich es jetzt nur mal angedeutet. So, mal eben schauen. Hier ist, glaube ich, sonst nichts mehr im hinteren Teil. Deswegen reden wir mal mit dem Benner hier. Nicht jetzt bitte. Euer spirituelles Wohlergehen kann bis nach meinem Nickerchen warten. Wo kann ich die Leute finden, die festgehalten wurden? Da werdet ihr einen der Mönche fragen müssen, die der neue Aldarch mitgebracht hat. Sie kümmern sich um alles, was die Überprüfung und die nähere Einschätzung der Neuankömmlinge angeht. Ach, ich bin nur ein einfacher Mönch, der versucht, ein wenig Schlaf nachzuholen. Das war übrigens ein Wink mit dem Zaunpfahl. Erzählt mir von dem Aldanachen und dem neuen Mönchen. Aldarch Tilkala traf unmittelbar nach dem Erlass durch die Königin ein. Er wurde Sippenfürstin Avinisse wärmstens empfohlen, wie ich gehört habe. Es ist nichts Ungewöhnliches, dass Mönche feste Bande zueinander knüpfen und gemeinsam umsiedeln, aber an diesem Haufen ist irgendetwas komisch. Komisch? Was meint ihr? Der Aldarch und seine Mönche bleiben unter sich. Sie haben sich zu ihren eigenen Zwecken in der Gruft niedergelassen und dem Rest von uns befohlen, die uralten Gewölbe unter dem Kloster zu meiden. Und nun, lasst mich bitte zurück zu meinem Nickerchen. Ihr müsst doch zumindest irgendeine Ahnung haben, wo sich die Neuankömmlinge festhalten. Wo sie die Neuankömmlinge festhalten. Immer zu, diese Fragen wegen der Neuankömmlinge. Was schert euch die Komplexität der altmärischen Bürokratie? Aber wenn ich raten müsste, würde ich sagen, sie wurden zwecks Erfassung und weiterer Behandlung in die Gruft gebracht. Jetzt haut ab! Gibt es sonst noch etwas, was ich über dieses Kloster wissen sollte? Das Kloster sollte ein Ort der Ruhe und der Meditation sein, aber der Aldarch hat uns bis auf Weiteres geschlossen. Das bedeutet, dass Alarm geschlagen wird, falls euch einer der Mönche entdeckt. Ich, ich habe euch nie gesehen. Wenn ihr mich jetzt bitte entschuldigen würdet, auf mich wartet mein Nickerchen. Boah, der ist echt sehr ansteckend. Besonders, wenn man selber nicht so viel geschlafen hat. Okay, untersucht das Kloster. Also wir können hier rechts und links runtergehen. Da kommt man hier unten hin. Das ist nicht zum Stehlen. Gut, dann nehmen wir das auch mal eben schnell mit. Auf der anderen Seite gibt es dann auch noch mal eine Ecke, wo man runtergehen kann. Ihr habt kein Recht, hier drin zu sein. Kannst mich mal. Achso, da kommen wir erst später hin. Okay, da müssen wir erst den Teil hier oben machen. Da können wir dann im Übrigen, da ist übrigens ein sehr, sehr guter Platz, um alles einzusammeln. Also ihr müsst hier noch nicht mal stehlen oder so, sondern ihr könnt die Sachen einfach alle einsammeln. Hier oben könnt ihr dann auch noch mal die ganzen Truhen nehmen und gleich kommen auch noch mal so Hängeschränke. Die könnt ihr, beziehungsweise hier haben wir auch schon Hängeschränke, sehe ich gerade. Die könnt ihr dann auch noch mal dementsprechend leeren. Und wenn ihr das einmal pro Tag macht, dann habt ihr doch so einiges, was ihr eingesammelt habt. Natürlich solltet ihr das... Ich zähle bis drei und dann solltet ihr weg sein. Sonst noch irgendwelche Probleme? Weiter zählt der nicht, okay. Verscherzt es euch nicht mit mir. Ja, ja. Der hat mich jetzt hier komplett rausgebracht. Was wollte ich denn eigentlich sagen? Natürlich nur, wenn ihr ESO Plus habt. So, weil ansonsten sind das natürlich sehr viele Sachen. Oder ihr müsst halt immer gucken, was ihr gebrauchen könnt und was nicht. Die Kassette ist leer. Bücherregale kann man hier auch immer gut durchgucken. Gerade für den Anfang ist das natürlich nicht unwichtig. Ich weiß, unser Ziel ist links. Hier oben sind auch noch mal zwei Schmuckkästchen, wo ihr mit ein bisschen Raffinesse und Glück auch rankommt. Da kommt man, soweit ich weiß, nicht ran. Aber hier müsste man noch mal rankommen. So, genau. Dann. Kluftperle. Ungewöhnlicher Krimskrams für ein Aldachenzimmer, nicht wahr? Ich sah euch hier herumschleichen, als ich hier selbst gerade ein bisschen herumgeschlichen bin. Ich schätze, wir beide sind mit ähnlichen Absichten zu diesem Kloster gekommen. Und welche Absichten sollen das sein? Die festgehaltenen Neuankömmlinge. Ich bin hergekommen, um herauszufinden, was mit einem Freund geschehen ist. Ich vermute, das hat euch auch hergeführt? Ein Haus der Verehrung sollte nicht als Gefangenenlager missbraucht werden. Und es sollte auch nicht vor der Öffentlichkeit verschlossen sein. Ich habe schon einmal so eine Perle gesehen. Da waren seltsame Kreaturen in der Nähe. Interessant. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Ich finde es spannend und auch etwas verstörend. Aber wir sind nicht hier, um über Kuriositäten zu plaudern. Trotz der seltsamen Kreaturen. Wir müssen herausfinden, was mit den verschwundenen Neuankömmlingen geschieht. Wie seid ihr überhaupt an den Wachposten vorbeigekommen? Der Wachposten scheint euch auch nicht aufgehalten zu haben. Daher könnte ich euch die gleiche Frage stellen. Einigen wir uns darauf, dass wir beide unsere Mittel und Wege haben. Sonderbar. Aber ich habe das Gefühl, dass in Schimmerheim mehr im Spiel ist, als die üblichen politischen Spielchen und das Beziehungsgeflecht in einer Gruppe. Was könnte hier sonst noch vor sich gehen? Das ist die Frage, meine vorsichtige Freundin. Wir haben einen neu eingesetzten Aldarchen und eine verärgerte Sippenfürstin, die sich beide dem Erlass der Königin entgegenstellen. Welche Verbindung hat das zu den verschwundenen Neuankömmlingen? Ich wollte gerade die Gruft erkunden. Wollt ihr euch uns anschließen? Wir treffen uns in der Gruft. Eine merkwürdige Perle. Woher der Aldarch sie wohl hat? Ist sicher nicht so wichtig. Ich treffe euch in der Gruft. Dort klären wir das Schicksal der Neuankömmlinge. Okay. Dann gucken wir jetzt aber nochmal eben, was wir hier noch haben. Also wir haben hier noch einiges an Bücherregalen, die man lesen kann. Die solltet ihr am Anfang natürlich auch immer lesen. So könnt ihr auch eure Fähigkeiten noch ein bisschen leveln. Und hier hinten haben wir auch nochmal ein Zimmer. Da können wir dann wieder ein bisschen mehr mitnehmen. Hoffentlich, wenn nicht alles leer ist natürlich nur. Na, wo komme ich da jetzt ran? Da ist offen. Basti, geh mir doch einfach mal aus dem Weg raus. Und ihr seht schon, also man kann sehr, sehr viel hier bekommen. Wenn man das mal öfter macht, also wirklich einmal am Tag hier reingeht und jetzt nicht mehr Runden hintereinander. Weil dann bekommt man halt sehr ähnliche Sachen beziehungsweise viele Sachen sind dann halt wieder weg. Aber so könnt ihr wirklich sehr viel zusammenbekommen an Entwürfen und so weiter. So, jetzt können wir auf die eine Seite reingehen, wo wir schon gesagt haben... Habt ihr euch verlaufen? Ihr dürft nicht hier rein. Jo, ist nicht mein Problem. Wo wir schon gesagt haben, dass wir eigentlich hier rum müssten. Hier unten ist was faul. Ich spüre Magie. Üble Magie. Käfige? Diese Leute haben so eine Behandlung durch nichts verdient. Da drüben lebt noch wer. Ja, ich nehme nur erstmal die ganzen Sachen hier mit. Die brauchen die bestimmt nicht mehr. Ähm, wo ist da drüben? Da. Wir befreien euch. Den göttlichen sei Dank. Ihr seid keiner der Mönche. Bitte lasst mich hier raus. Warum hat man euch in einen Käfig eingesperrt? Es ist ein Albtraum. Wir kamen nach Sommersend, um unser Glück zu machen. Kaum sind wir vom Schiff runter, werden wir schon ins Kloster verfrachtet. Anstatt uns zu befragen oder mit der sonstigen Hochelfenbürokratie zu belästigen, haben sie uns in diese Käfige gesperrt. Es sind nur wenige von euch hier. Wo ist der Rest der Neuankömmlinge? Die Mönche haben sie vor ein paar Augenblicken zusammengetrieben und durch die Tür auf der gegenüberliegenden Seite des Raums geführt. Bitte lasst mich hier raus, bevor sie mich wegbringen wie die anderen. Ich schließe die Käfige auf. Danach schaue ich, was im nächsten Raum vor sich geht. Ist das ein Skavin? Vielen Dank, dass ihr mich befreit habt. Gerne, gerne. Ich schließe die Käfige auf und dann kann man die anderen überhaupt nicht öffnen. Super. Ein Dädra? Hier? Und das ist ein Skavin, wenn ich mich richtig an meine Vorlesungen in Dädrologie erinnere. Sehr ungewöhnlich. Was macht ein toter Skavin in einem Kloster, das den Acht geweiht ist? Eine hervorragende Frage. Und eine, auf die ich hoffentlich eine Antwort finde. Ausgehend von den Beweisen vor uns scheint es, als hätte dieser Nord den Skavin getötet, bevor er selbst seinen Wunden erlegen ist. Gut für ihn. Ich habe diesen Schlüssel am Gürtel der Kreatur gefunden. Damit können wir diese Tür öffnen. Dorthin haben die Mönche laut den Gefangenen den Rest der Neuankömmlinge gebracht. Dann schlage ich vor, dass wir einen Zahn zulegen. Wir müssen herausfinden, was wirklich hier unten vor sich geht und wer hinter all dem steckt. Ohne Antworten auf diese Fragen können wir nicht entscheiden, wie wir sinnvoll fortfahren sollten. Was ist mit eurem vermissten Freund? Ich erkläre später alles. Jetzt müssen wir uns beeilen. Ich komme, ich komme, aber ich muss alles einsammeln. Ich bin auch so eine arme Frau, die überhaupt nichts hat. Kann man das nehmen? Anscheinend nicht. Schade. Dann gehen wir direkt runter. Okay, der macht das schon von alleine. Ich kümmere mich um die Perle, ihr um diese Kreaturen. Oh, wenn es sein muss. Da läuft man extra hin, da sagt sie. Wir sollen draußen reden. Was ist mit der Perle geschehen? Habt ihr sie zerstört? Ich hatte versprochen, das zu erklären, was ich weiß. Das kann ich genauso gut jetzt machen, schätze ich. Ich gehöre zum Psijik-Orden. Unser Ritenmeister schickte mich los, um eine Warnung zu untersuchen, die wir erhalten haben, und laut der es ein Komplott gegen Sommersend gibt. Meine Nachforschungen führten mich hierher. Der Psijik-Orden? Der Psijik-Orden ist eine uralte magische Glaubensgemeinschaft. Wir dienten den Herrschern Tamriels als Berater, doch das war, bevor wir unsere Inselheimat aus der Welt entfernten. Nun hat uns diese Bedrohung zurück in die Welt gelockt. Aber was habt ihr mit all dem zu tun? Ich arbeite mit Rasumdar zusammen, einem der Augen der Königin. Aber was ist mit der Perle geschehen? Ein Auge der Königin? Interessant. Ich habe die daedrische Magie zerstreut und die Perle zwecksicherer Verwahrung und eingehender Untersuchung nach Atheum auf die Insel der Psijika geschickt. Wir können das näher besprechen, sobald wir hier rausgekommen sind. In Ordnung. Dann mal los. Dann müssen wir nach links. Eigentlich, meine ich, waren hier normalerweise Kultisten, aber die haben sich wohl für heute freigenommen. Das darf man nicht so laut sagen, ne? Weil wegen. Äh, hier geht's runter. Ach, da sind sie schon wieder. Ich wusste es doch. So, einmal raus. Wenn sie rausgehen würden. Hallo? Warte. Ein paar Jahrhunderte auf Atheum zu leben, bereitet einen nicht gerade auf körperliche Aktivitäten vor. Lass das Auge der Königin wissen, was wir entdeckt haben und wir sehen uns später wieder. Okay. Äh, dann muss ich, glaube ich, hier in so eine Kneipe oder sowas rein. Wenn, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau. Hier. Ras. Ras und Daha. Wie geht's denn hier hoch? Die festgehaltenen Leute wurden getötet, um ein dedriches Ritual mit Macht zu versorgen. Ich habe diesen Brief gefunden. Das ist nicht gerade die Art von Skandal, auf die Ras gehofft hatte. Mord, dedrische Rituale und verräterisches Verhalten können einem wirklich einen ansonsten perfekten Tag vermiesen. Wir müssen herausfinden, inwieweit die Sippenfürstin an dieser Sache beteiligt ist. Und mit wir, meint Ras, euch. Ihr wolltet sich losziehen und die Sippenfürstin bezichtige, sich mit einem dedrichen Kult verschworen zu haben? Bezichtigen? Nicht ganz. Ras möchte, dass ihr mit ihr sprecht. Findet heraus, was sie über den Aldarchen weiß. Die Sippenfürstin trifft sich mit den örtlichen Anführern. Nehmt an dem Treffen teil und bringt die Wahrheit in Erfahrung. Mit dieser Einladung und eleganter Kleidung solltet ihr dem Treffen beiwohnen können. Ich habe auch eine Magierin vom Psijik-Orden im Kloster getroffen. Eine Psijikerin? Ras hat Gerüchte über sie gehört, aber es gibt immer Gerüchte über die Psijiker. Dafür, dass sie auf einer Insel voller Weiser leben, die vor 300 Jahren verschwunden ist, kommen sie ganz schön herum. Hat diese Psijik-Magierin erwähnt, was der Orden hier untersucht? Irgendetwas wegen einer Warnung. Sie schien ziemlich interessiert an dieser Perle zu sein, die einem das Leben aussaugt. Es gab eine Perle, die einem das Leben aussaugt? Vielleicht hättet ihr lieber mit dieser Information anfangen sollen. Nun, wir können uns später noch Gedanken über die Psijik-Magierin machen und uns überlegen, woher diese Perlen kommen. Geht und seht, was die Sippenfürstin zu sagen hat. Solltet ihr nicht mit der Sippenfürstin sprechen, schließlich arbeitet ihr für die Königin. Sippenfürstin, Avinesse und Ras vertragen sich nicht. Wisst ihr, es gab da dieses Pferd, eine Platte mit Puddingtörtchen und... Nein, dieser wird euch nicht mit schmutzigen Details langweilen. Außerdem zeigen sich alle von ihrer besten Seite, wenn sie Ras sehen. Ihr werdet mehr erfahren, als dieser das würde. Na gut, Ras. Dann vertrauen wir mal auf deinen Worten und versuchen, was rauszufinden. So, dazu müssen wir hier rum und hier hoch, genau. Zack, einmal umziehen. Naja. Und rein. Guten Tag. Ich muss mit Sippenfürstin Aviniss sprechen. Ich habe eine Einladung. Hm. Ja, das habt ihr. Und ich muss gestehen, dass eure Kleidung auch von passender Eleganz ist. Bitte macht euch doch in den Garten auf. Hab Dank. Wir sorgen uns alle wegen des Erlasses der Königin. Ich arbeite mit Aldarch Tilkala zusammen, um die Unverletzlichkeit von Schimmerheim und ganz Sommersend zu bewahren. Genießt Speis und Trank. Die Stadtgeschäfte erfordern meine Aufmerksamkeit, aber ich bin bald zurück. Yonu? Wie dreist von euch. Die Nebara wagt es, sich in meiner heiligen Gegenwart aufzuhalten. Wollan denn dreiste Nebara? Was kann der neue Aldarch von Schimmerheim für euch tun? Und bitte, versucht mich nicht zu langweilen und spuckt mir ja nicht auf meine makellose Kleidung. Ich habe gehört, dass ihr und die Sippenfürstin Pläne habt, wie der Erlass der Königin umzusetzen ist. Das habt ihr also irgendwo gehört, ja? Hm, ich muss wohl ein Wörtchen mit der göttlichen Strafbehörde darüber wechseln, wie Lachs unsere Sicherheit geworden ist. Nein, nein, ich scherze. Die Sippenfürstin und ich haben nur das Beste für Sommersend und die Neuankömmlinge im Sinn. Lass dir deshalb die Neuankömmlinge und andere Nicht-Hochelfen unter dem Kloster festhalten? Ihr seid wirklich gut über alles hier in Schimmerheim informiert, was? Also für eine Nebara. Ihr nennt mich die ganze Zeit Nebara. Was heißt das? Ihr habt recht. Wo sind nur meine Manieren? Ein Wort zu verwenden, das ihr nicht kennen könnt. Es heißt unerwünscht. Wie in Ihr seid hier unerwünscht. Ich verstehe. Und ist es üblich, dass sich Hochelfenmönche mit Deedra verschwören? Das ist eine schwere Anschuldigung, die man nicht einfach so beiläufig fallen lassen sollte. Wie sagtet Ihr noch gleich, dass euer Name lautet? Ich will nur sicher gehen, dass er korrekt im Aufsichtsbuch der göttlichen Strafbehörde verzeichnet wird. Zu Eurem eigenen Schutz, wisst Ihr? Wenn Ihr mich entschuldigen würdet, Alter, stillzaller. Mir fällt gerade ein, dass ich noch etwas zu erledigen habe. Mir ist da eben noch etwas anderes eingefallen, worum ich mich kümmern muss. Belästig doch so lange gern die anderen Gäste. Mhm. Oh, da haben wir auch noch ein Buch. Beziehungsweise etwas zu lesen. So, jetzt muss ich mal eben schauen. Das ist nämlich oben. Genau, das dachte ich mir nämlich schon. Wie könnt Ihr es nur wagen, ohne meine Erlaubnis so in mein Haus zu platzen? Ihr habt keine Tür. Nein. Ich weigere mich, mich um einen der Gäste der Königin kümmern zu müssen. Und schon gar nicht in meinem eigenen Zuhause. Wie seid Ihr überhaupt hier hereingekommen? Nein, vergesst die Frage. Da Ihr hereingefunden habt, nehme ich an, Ihr findet auch wieder hinaus, bevor ich die Wachen rufe. Warum stellt Ihr Euch gegen den Erlass der Königin? Oh, wie unschuldig. Wollt Ihr wirklich wissen, warum ich gegen den Befehl der Königin bin, Neuankömmlingen den Zugang nach Sommersend zu erlauben? Weil ich versuche, sowohl die Insel als auch die Neuankömmlinge zu beschützen. Es ist in unser aller Interesse, dass wir da eine Trennung aufrechterhalten. Und der Aldaich stimmt Euren Bemühungen zu, die Insel und die Neuankömmlinge zu beschützen? Aldaich Tilkala wurde mir wärmstens empfohlen. Er hat große Pläne zum Schutz von Schimmerheim. Sehr große Pläne. Leider habe ich in meiner Eile mit dem Erlass der Königin fertig zu werden einen Fehler gemacht. Einen Fehler gemacht? Nicht, dass es Euch etwas angehen würde, aber mein Kanzler konnte die Existenz des Aldaichen nicht weiter zurückverfolgen, als bis zu unserem ersten Treffen, bei dem ich ihn für die Position im Kloster empfahl. Ich kann Euch versichern, Sippenfürst Milontel lobte Tilkala über den grünen Klee. Und wisst Ihr, dass die Mönche den Aldaichen die Neuankömmlinge unter dem Kloster ermorden? Das ist doch lächerlich. Aldaich Tilkala hält die Neuankömmlinge nur fest, um sicherzugehen, dass sie für das Leben auf Sommersend geeignet sind. Wer es schafft, wird hier einen Platz finden. Der Rest wird dorthin zurückgebracht, woher er gekommen ist. Das haben wir so vereinbart. Es klingt, als ob Ihr einen mit eigenen Augen sehen solltet, was im Kloster geschieht. Einer der Mönche bat darum, diese Nachricht zu überbringen. Sie ist vom Aldaichen persönlich. Der Korallenwald? Ein merkwürdiger Ort für ein Treffen. Ich möchte aber hören, was der Aldaich zu sagen hat. Okay. Der Korallenwald, genau. Korallenwald. Wo ist Rasum da jetzt? Rechts von uns. Da brauche ich nicht lange suchen. Hi. Psst. Tut so, als ob Ihr euren Stiefel errichtet oder die örtliche Baukunst bewundert. So schwer das auch sein mag. Schaut auf keinen Fall auf Ras. Gut. Gut. Und nun erzählt Ras, was Ihr im Herrenhaus der Sippenfürstin in Erfahrung gebracht habt. Du weißt aber schon, dass du mir gerade zugewunken hast, Ras, ne? Die Sippenfürstin glaubt, dass die Neuankömmlinge festgehalten und weggeschickt werden. Ras glaubt, dass Avinisse ebenso naiv ist, wie sie die Finger in dieser Sache hat. Aber sie ist keine Mörderin. Doch dieser neue Aldaich hat so viel Blut an den Händen, dass er auch rote Handschuhe tragen könnte. Soweit dieser herausfinden konnte, gab es ihn gar nicht, bevor er nach Schimmerheim kam. Ich habe belauscht, dass die Sippenfürstin sich mit dem Aldaichen im Korallenwald treffen wollte. Der Korallenwald? Hm. Ein seltsamer Treffpunkt. Ras glaubt, dass wir losziehen und nachsehen sollten, was der Aldaich vorhat. Aber erst bekommt dieser diese Kleidung zurück. Vielleicht ist sie nochmal nützlich. Ah, ihr habt eine hübsche Bewunderin, meine Freundin. Die Psijik-Weise, ja? Hier kommt sie auch schon. Lasst mich herausfinden, was Wal-siren zu sagen hat. Schön, euch zu sehen. Beim Observieren ihres Herrenhauses sah ich die Sippenfürstin hinten rausschleichen und die Stadt verlassen. Die Sippenfürstin trifft sich mit dem Aldaichen im Korallenwald. Ras riecht da was. Und es sind keine Mondsuckerkekse. Euer Ruf eilt euch voraus, Auge der Königin. Ich bin Wal-siren vom Psijik-Orden. Und ich meine auch, dass der Aldaich mehr als ein einfacher Mönch ist. Wir sollten zusammenarbeiten, ja? Aber wir reisen lieber getrennt, um weniger Aufmerksamkeit zu erregen. Ras wird euch beide am Korallenwald finden. Immer diese Abgänge hier. Ehrlich. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir uns auf zum Korallenwald. Und zwar ist der hier unten. Wir treffen uns gleich. So, wir sind am Korallenwald. Jetzt müssten wir... Da ist sie. Das hier ist eine der einzigartigeren Gegenden von Sommersend. Der Korallenwald. Als Kind kam ich sehr gern hierher. Wir müssen herausfinden, warum der Aldaich Sippenfürstin Avenisse gebeten hat, ihn hier draußen zu treffen. Wie finden wir den Aldaichen und die Sippenfürstin? Aufgrund dessen, was wir in der Gruft des Klosters gesehen haben, zögere ich mit dem Einsatz von Magie, um sie aufzuspüren. Ich schätze, wir müssen auf weltlichere Mittel zurückgreifen. Zu schade, dass der Spion der Königin nicht hier ist. Soweit mir bekannt ist, ist er gut in solchen Sachen. Ja, das bin ich auch. Ähm, such den Korallenwald ab. Irgendwo in diese Richtung. Mord? Das war nicht Teil des Plans, Aldaich. Ihr wisst doch nichts vom Plan. Lasst mich euch einen Vorgeschmack darauf geben, was der Fürst der Geschäfte mit dieser armseligen Welt vorhat. Eures Fürsten? Ich verabscheue die Daedra. Hilfe! Komm, Nebara. Ich zeige euch, welche Macht der Fürst der Geschäfte mir verliehen hat. Irgendwie lief hier gar nichts, wie es sollte, habe ich so das Gefühl. Ähm, sie ist auch schon wieder weg. Ich weiß auch nicht, sie hat sich in Luft aufgelöst. Hier. Hi! Rasumdar hat die Sippenfürstin festgenommen. Sie sind am westlichen Rand des Korallenwalds. Was ist mit Aldaich Tilkala? Ist er entkommen? Aldaich Tilkala ist tot. Ich hörte, wie er den Fürsten der Geschäfte erwähnte. Man kann davon ausgehen, dass Tilkala nicht wirklich ein Aldaich war. Zumindest nicht mehr, seit er sich dem daedrischen Fürsten der Geschäfte, Klavikus Wiele, verschrieben hatte. Die seltsame Magie und die Kreaturen bereiten mir jedoch Sorgen. Hoffentlich kann uns die Perle, die ich nach Atheum geschickt habe, mehr verraten. Ihr meint, ihr könnt etwas über die Perle herausfinden? Ihr werdet überrascht, was ein Gegenstand alles offenbaren kann, wenn man weiß, wie man seine Geheimnisse entschlüsselt. Ich muss zurückkehren und Ritenmeister Iachesis erzählen, was geschehen ist. Wenn ihr bereit seid, würde ich euch gerne nach Atheum mitnehmen, um meine Geschichte zu bezeugen. Wer ist Ritenmeister Iachesis? Der Ritenmeister führt den Psijik-Orden vom Turm Zeppura auf der Insel Atheum aus. Dieser Zauber stimmt euch auf ein Portal bei Schimmerheim ein, in den Ruinen der Burg der Elf Kräfte. Es wird immer nach Atheum führen, ganz gleich, wo sich die Insel gerade befindet. Ich werde nach Atheum reisen und mit dem Ritenmeister sprechen, sobald ich nach Rasundar gesehen habe. Noch eine Anpassung und... So, jetzt seid ihr eingestimmt. Kommt zu mir nach Atheum, sobald ihr mit dem Auge der Königin fertig seid. Und da macht sie wieder Puff und ist weg. So, Rasundar, wo bist du denn? Hier. Ah, fünf Kralle. Die Sippenfürsten und Ras hatten ein sehr erhellendes Gespräch. Königin Eiren wird enttäuscht darüber sein, wie die Sippenfürsten von Schimmerheim zuließ, dass ein falscher Aldarch so viele Neuankömmlinge tötete. Bei einem solchen Skandal haben doch andere Reisende Bedenken, hierher zu kommen, ja? Der Aldarch rief dem Fürsten der Geschäfte an, bevor ich ihn tötete. Den Fürsten der Geschäfte? Das kann nur Clavicus Wille gewesen sein. Über was für ein vom Vergessen geschaffenes Nest von Nattern ist Ras denn hier gestolpert? Dieser hat ein sehr schlechtes Gefühl dabei. Wo ist die Psijik-Magierin? Ras würde sie gern nach ihrer Meinung fragen. Weil Siren ist nach Atheum zurückgekehrt. Sie hat mich eingeladen zu kommen und mit ihren Ritenmeistern zu sprechen. Das Interesse des Psijik-Ordens ist es, was Rasundar wirklich besorgt. Dieser hatte noch nie viel für Magie übrig oder für jene, die diese Kunst ausüben. Andererseits hat Ras jetzt jemanden dort eingeschleust. Ein Auge von Ras, wenn man so will, ja? Weil Siren meinte, dass der Orden versucht, mehr über die Aldarchen und die Kluftperlen herauszufinden. Dann müsst ihr nach Atheum reisen und herausfinden, was die Psijikerin Erfahrung gebracht haben. Sobald ihr zurückkehrt, könnt ihr Ras alles darüber erzählen, damit er es an die Königin weitergeben kann. Ja, Ras gefällt dieser Plan. In der Zwischenzeit wird Ras der daedrischen Verbindung nachgehen. Seid ihr gekommen, um euch an meinem Anblick zu ergötzen? Noch nachzutreten, während ich mich in meinem Elend wälze? Nun, macht nur. Ich habe es verdient. Warum habt ihr euch mit Aldarch Thiel Salah eingelassen? Ich habe ihn auf Sippenfürst Milontels Feier in Alinor getroffen. Wir hatten ähnliche Einstellungen zum Erlass der Königin und ich schlug vor, dass er das Kloster führen könnte. Sommersend ist doch kein Eintopf und die unterschiedlichen Völker keine Zutaten, die man einfach nach Belieben hineinstreuen kann. Ihr wusstet also, dass er plante, die Neuankömmlinge zu töten? Was für ein schändlicher Vorwurf! Tilkala hat mir gesagt, dass er sie dahin zurückschicken würde, woher sie gekommen sind. Ich hatte keine Ahnung, dass er sie töten wollte. Ich gebe euch mein Wort. Ich wollte nur, dass die Neuankömmlinge wieder verschwinden. Und dass ich nun erfahren muss, dass er die Daedra anbetet. Wie widerlich! Haben alle Mönche im Kloster Daedra verehrt? Das will ich doch nicht hoffen. Wir müssen die göttliche Strafbehörde hineinschicken, um die Mönche aufzusammeln, die Tilkala nach Schimmerheim mitgebracht hat. Wir dürfen nicht zulassen, dass daedrische Kultisten heilige Städten schänden. Ich schätze, ich werde die stellvertretende Königin um Gnade bitten müssen. Das wäre wohl am besten. Ja, hier vorne ist, wenn ich das richtig sehe, genau, hier ist das Portal nach Atheum. Ich würde allerdings sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir uns dann in der nächsten Folge nach Atheum begeben werden. Bis zur nächsten Folge! Ciao! Vielen Dank für dein Like! Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.